Aktuell sammeln sich wieder ein paar Neuigkeiten und Nachrichten zur Lufthansa, die bei euch unter den Videos schon wieder für mächtig Diskussionsstoff gesorgt haben, obwohl wir in keinem Video über irgendeines der Themen gesprochen haben. Aber gut, das wollen wir heute nachholen und deswegen gibt es jetzt zusammengefasst ein paar aktuelle und interessante Informationen zur Lufthansa. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut und eine Sache, über die ich unbedingt noch mit euch reden wollte, eine Sache, die ich unbedingt erwähnen wollte ist, da bin ich letztens darauf gekommen, als wir über das Lauda Motion Thema gesprochen haben und im Zuge dessen darüber geredet haben, dass die Fluggesellschaft schon bald ihre neuen Airbus Jets zurück an die Lufthansa geben wird. Lufthansa hat quasi ihren Grundfarbton, das Weiß, was ja auch der Grundfarbton für alle Lufthansa Group Fluggesellschaften ist, der wurde jetzt innerhalb der Gruppe vereinheitlicht und angepasst. Jo, und warum macht man das und was hat das jetzt mit der Lauda Motion zu tun? Ganz einfach, es gibt ja ja diesen einen Airbus A321, den die Lufthansa die ganze Zeit so ein bisschen in der Hinterhand hatte, war ja eigentlich ein Flugzeug, was auch kurz oder lang auch bald schon in der Lauda Motion Bemalung unterwegs sein sollte. Aus dem aber nichts wurde und jetzt ist die Sache ja klar, jetzt wird das Flugzeug auch nicht mehr zu Lauda Motion kommen, sondern es gehört halt eben zu den Airbus Jets, die sowieso wieder zurückgegeben werden. Er ist schon bei der Lufthansa, also bleibt ja auch dort und damit kann die Lufthansa jetzt natürlich auch entscheiden, wie sie das Flugzeug lackieren werden und wo sie es einsetzen werden. Soweit ich weiß, ist dieser A321, um den es hier geht, also der A321 mit der Registrierung Oscar Eco, Lima Eco Sierra, auch tatsächlich einer der wenigen A321 aus dem Bestand der Niki, die wirklich die richtige Niki Bemalung drauf haben. Also dieser Flieger trug eigentlich bis zuletzt diese graue Niki Lackierung und keine Air Berlin Farben. Der wäre damit ja quasi schon fast ein cooles Museumsstück gewesen, aber dummerweise kann man mit einem A321 noch ein bisschen zu viel Geld verdienen, deswegen kommt er natürlich so schnell wie möglich in die Lufthansa Group. Er wird da so schnell wie möglich bei der entsprechenden Fluggesellschaft, für die man sich dann noch entscheiden muss scheinbar, da wird er dann eingeflottet, weil der Bedarf, der besteht auf jeden Fall. Und dementsprechend muss der neue Airbus ja dann auch lackiert werden. Ihr erinnert euch bestimmt noch, wie diese Situation jetzt an dieser Stelle überhaupt so zustande kommen konnte. Lauda Motion betreibt zum aktuellen Zeitpunkt neun Flugzeuge aus der A320 Familie. Das sind alles Jets aus dem ehemaligen Niki Bestand. Als die Fluggesellschaft vor gut einem Jahr nicht mehr abheben konnte, wollte jedoch ja eigentlich die Lufthansa Group, diese Air Berlin Tochter, übernehmen. Und er warb dafür gleich mal die entsprechenden Flugzeuge, also unter anderem diese zehn Airbusse von Niki. Sie gehören also der Lufthansa. Die größte deutsche Fluggesellschaft war dann allerdings dazu verpflichtet, die entsprechenden Flugzeuge demjenigen zur Verfügung zu stellen, der dann wirklich den Zuspruch für die Überreste von Niki bekommt. Und das war in diesem Fall Niki Lauda mit seiner Lauda Motion. Über den dann im Hintergrund geführten und scheinbar sehr interessant verlaufenden Streit müssen wir uns jetzt an dieser Stelle nicht mehr unterhalten. Aber für uns ist jetzt hier wichtig zu wissen, dass sich die beiden Fluggesellschaften außergerichtlich geeinigt haben. Darauf, dass Lauda Motion diese entsprechenden neuen Airbusse in den nächsten Monaten bereits wieder an die Lufthansa Group zurückgeben wird. Das bedeutet, die Lufthansa Group, finde ich immer ganz wichtig dazu zu sagen, bekommt alle Flugzeuge zurück, auf denen aktuell überhaupt der Name Lauda Motion draufsteht. Und die Lufthansa wird diese Maschinen dann da einsetzen, wo es ihnen gerade am besten passt. Und damit ist dieser zehnte Airbus, der A321, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, der ist damit jetzt quasi schon der Vorbote für das, was dann auch mit den anderen neuen Jets in den nächsten Monaten passieren wird. Laut Aussagen eines Lufthansa-Sprechers wurde dieser Flieger, Oscar Eco, Lima Eco Sierra, jetzt erstmal im neuen Einheitsweis der Lufthansa Group lackiert. Weil es, zumindest für uns, aktuell noch nicht klar ist, wo die Lufthansa diese Maschine dann letztendlich einsetzen wird. Das ist dahingehend besonders spannend, weil diese A321 dann ja auch tatsächlich der erste seines Typs bei der Eurowings sein könnte, wenn die Lufthansa Group sich dazu entscheidet, das Flugzeug dort einzusetzen. Weil, so wie man das aktuell ja immer wieder hört, besteht da auf jeden Fall Bedarf. Hängt aber natürlich auch noch ein bisschen was anderes dran, zum Beispiel entsprechendes Training, welches bei der Eurowings durchgeführt werden müsste, weil die entsprechenden Besatzungen ja durchaus Flugzeuge der A320-Familie bedienen, aber eben kein A321. Das wäre ein gewisser Aufwand, den es so bei der Mutti Lufthansa sicherlich in dieser Form nicht geben würde, weil Lufthansa ja durchaus schon den einen oder anderen A321 in der Flotte hat. Aber gut, diese Frage wird uns sicherlich bald in naher Zukunft beantwortet. An dieser Stelle also lieber nochmal ein paar Worte zu dem sogenannten neuen Einheitsweis. Also, da wurde schon vor knapp drei Wochen ungefähr angekündigt oder veröffentlicht, dass sich an der Lufthansa Lackierung, beziehungsweise an den Lackierungen der Lufthansa Group, nochmal ein paar Kleinigkeiten ändern werden. Das liegt ja gerade sowieso voll im Trend, die ändern ja scheinbar sowieso alle drei Tage ein paar Kleinigkeiten, aber wenn man denn gerade dann schon sowieso mal dabei ist, dann kann man es ja auch direkt richtig machen und so, dass es Sinn macht. Nein, natürlich beim Thema Flugzeug lackieren, das steckt sicherlich noch ein bisschen mehr dahinter, als man jetzt vielleicht auf den ersten Blick vermutet. Aber wenn wir mal ein ganz simples Beispiel nehmen, wir schauen uns einfach die alte Lufthansa Lackierung an, auf einem A320. Das ist da besonders einfach, weil dieses Flugzeug in so gut wie jeder Lufthansa Group Airline vertreten ist. Also, ein Lufthansa A320, der hat ganz klar erkennbar einen grauen Bauch, er hat grau lackierte Triebwerke, die Tragflächen sind unten grau und oben weiß. Ein Swiss A320, der hat wiederum keinen grauen Bauch, der hat auch keine grauen Triebwerke, sondern weiße Triebwerke, der hat dafür aber komplett graue Tragflächen. Ein Eurowings A320 wiederum, der hat wieder graue Triebwerke, der hat jetzt aber graue Tragflächen von unten, aber von oben wieder weiß, der hat aber keinen grauen Bauch. Also, ihr merkt glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Die Flugzeuge gehören zwar alle zu einem Konzern, sind alle vom gleichen Typ, aber sie sehen komplett unterschiedlich aus. Auf der einen Seite, natürlich, ganz klar, die Flugzeuge müssen auch unterschiedlich aussehen, weil sie zu unterschiedlichen Fluggesellschaften gehören. Hier alles weiß zu lackieren, wäre vielleicht ein bisschen einfacher, würde vieles vereinfachen, aber ist sicherlich nicht der Weg zum Ziel. Aber die Basis, die natürlich unter jeder Lackierung steckt, die lässt sich vereinheitlichen und das bringt auch schon entsprechende Vorteile mit sich. Das Ganze nur mal am Beispiel der neuen Lufthansa Lackierung. Das Ding hat weiße Triebwerke, einen weißen Bauch, die Tragflächen sind oben weiß und unten sind sie nun auch weiß. Klingt fast ein bisschen langweilig, aber das ist tatsächlich eine Basis, die sich so auf alle anderen Fluggesellschaften der Lufthansa Group übertragen lässt, ohne dass diese ihre entsprechend individuelle Bemalung abgeben müssten. Angefangen hat man dort mit Eurowings, mit einem Eurowings A330-300, betrieben von den Belgiern, ausgestattet mit der neuen Biz-Class, die ja auch entsprechende Ähnlichkeiten zu der Lufthansa Business-Class aufweist, was ein Wunder. Das Flugzeug wird bald ab Düsseldorf auf der Langstrecke eingesetzt. Und da hat man jetzt die eben angesprochenen Dinge so verändert, dass sie zur Lufthansa Lackierung, zu der Lufthansa Basis Lackierung passen. Also zu dem eh schon weißen Bauch hat das Flugzeug nun weiße Triebwerke bekommen. Die sind bei Eurowings ansonsten eigentlich grau. Und generell wurde überall dort weiße Farbe hingemacht, wo man sie bei der neuen Lufthansa Lackierung auch finden würde. Damit ist das Flugzeug ein Vorreiter und zeigt uns das, was man demnächst bei allen Flugzeugen innerhalb der Lufthansa Group so in dieser Form finden wird. Und zeigt uns natürlich auch die Lackierung, die final so auf allen Eurowings Flugzeugen zu sehen sein wird in der Zukunft. Dabei geht es hier nicht nur darum, dass entsprechende Teile nun auch wirklich in den entsprechend anderen Farben lackiert werden. Also es geht nicht nur um einen Farbwechsel, sondern es geht vor allem auch darum, dass der Weißton an sich unter den Fluggesellschaften vereinheitlicht wird. Denn das Swiss Weiß war vorher nicht das gleiche Weiß wie das Weiß, was die Lufthansa benutzt. Und das sorgt nicht nur dafür, dass man wahrscheinlich mit ein bisschen Mengenrabatt die neuen Farben bestellen kann. Damit sorgt man zum Beispiel dafür, dass Ersatzteile innerhalb der ganzen Gruppe viel einfacher ausgetauscht werden können. Da, wo sie gerade gebraucht werden, werden sie dann hingebracht. Und da können sie dann auch direkt am Flugzeug eingesetzt werden, ohne dass sich der schlaue Passagier denkt, ey, das sieht ja voll komisch aus. Und das macht schon mal durchaus Sinn. Und dann sorgt das natürlich auch dafür, dass man ganze Flugzeuge viel entspannter innerhalb der Gruppe hin und her schieben kann. So zum Beispiel auch mit dem Niki A321, den man nun erst einmal im Basiseinheitsweiß lackiert hat. Und so hat man sich quasi schon mal die größte Arbeit rausgenommen, die größte Arbeit schon mal gemacht und muss nur noch die individuellen Kleinigkeiten der entsprechenden Fluggesellschaft hinzufügen, bei der das Flugzeug dann in Zukunft fliegen wird. Im Zuge dessen wird man dann nicht nur die entsprechenden Weißtöne vereinheitlichen, sondern auch, angefangen mit den Flugzeugen der A320-Familie, die Konfiguration und die Ausstattung innerhalb der Gruppe vereinheitlichen. Das bedeutet, dass man die Flugzeuge viel einfacher dort einsetzen kann, wo sie gerade wirklich gebraucht werden. Dann entsprechend auch bei anderen Fluggesellschaften innerhalb der Gruppe. Und das macht sicherlich eine ganze Menge Sinn. Und Basis dafür werden wohl die 180 Sitzplätze in dem neuen A320neo der Lufthansa sein. Und so wird man das dann auf Dauer auch bei Swiss, Austrian Airlines oder bei Eurowings sehen. Und das ist eine Sache, die sicherlich an den ein oder anderen Ecken und Enden Geld spart, die wir jetzt noch gar nicht so richtig auf dem Zettel haben. Aber es wird natürlich auch noch ein paar Jahre dauern, denn die Flugzeuge werden erst umlackiert, wenn sie auch wirklich umlackiert werden müssen. Also wenn man sowieso neue Farbe drauf machen würde. Und die Ausstattung wird natürlich auch erst dann getauscht, wenn man sie sowieso tauschen würde. Das Ganze wird also noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Aber soviel also erst einmal dazu. Vor wenigen Tagen ging dann noch ein sehr heiß diskutiertes Gerücht durchs Internet, ausgelöst durch einen Fehler oder vielleicht doch kein Fehler, auf der Boeing-Website. Denn da wurde unter Dreamliner-Kunden auch die Lufthansa ganz stolz aufgeführt. Das allerdings schon wenige Tage, dann hat man das Ganze wieder rausgelöscht. Aber wer weiß. Es blieb selbstverständlich nicht unentdeckt und deswegen dazu auch die entsprechenden Diskussionen. Jo, mittlerweile weiß man, dass die Lufthansa wohl gut 20 Langstreckenflugzeuge in naher Zukunft noch einmal ordern wird. Man weiß nur noch nicht, welche Langstreckenflugzeuge. Es könnte durchaus nochmal der A350 sein. Davon hat man mittlerweile 25 Stück bestellt. 777X ist da eher unwahrscheinlich, denn bereits Mitte letzten Jahres wurde da so ein bisschen drüber diskutiert, ob man nicht vielleicht sowieso schon zu viele bestellt hätte und sie vielleicht mit gewissen Abständen übernehmen möchte, weil man sie sonst gar nicht richtig in der Fluggesellschaft unterkriegt, wie auch immer. Oder aber man kauft jetzt auf einmal als Lufthansa Group Boeing 787 den Dreamliner. Der ist sicherlich durchaus ziemlich gut zu gebrauchen, vor allem in unterschiedlichen Längen. Aber wieso sollte man sowieso unterschiedliche Flugzeuge von unterschiedlichen Flugzeugherstellern kaufen, die sich dann in der gleichen Kategorie befinden? Das hat einige ganz einfache Gründe. Lufthansa zum Beispiel ist eine große Fluggesellschaft, die extrem viele unterschiedliche Destinationen anfliegt und somit auch extrem viele unterschiedliche Flugzeugtypen richtig gut gebrauchen kann. Lufthansa kann die Flugzeuge wirklich dort einsetzen, wo sie ihre entsprechenden Stärken bezüglich Effizienz, Platzangebot oder Reichweite dann auch wirklich richtig gut ausspielen können. Das ist gut für den Flieger und gut für die Lufthansa. Auf der anderen Seite verschafft man sich mit unterschiedlichen Flugzeugtypen, die am Ende des Tages das gleiche tun und das gleiche können, auch eine ganze Ecke Sicherheit. Denn überlegt mal jetzt nur rein hypothetisch, weil es echt unwahrscheinlich, dass das bei so einem ausgereiften Flugzeug passieren kann. Aber man würde einen technischen Defekt, einen vorher unentdeckten technischen Defekt bei der Boeing 737 finden. Und alle Luftfahrtbehörden würden sagen, oh mein Gott, das Flugzeug müssen wir sofort am Boden lassen. Dann würde Ryanair ziemlich blöd dastehen. Eine Fluggesellschaft, die aber dann auch ein Konkurrenzmodell, ein A320 dazu hat, die kann ja wenigstens vielleicht die Hälfte ihrer Flotte losschicken. Das Argument ist jetzt aber vielleicht nicht unbedingt der stärkste, zumindest nicht, wenn es um die Boeing 787 geht, weil zumindest so laut den aktuellen Nachrichten sollte man dann ja eher ein bisschen Abstand von der 787 nehmen. Aber gut, das wichtigste Argument ist auf jeden Fall, wie, wenn nicht so, möchte man als Fluggesellschaft bei den Flugzeugherstellern die besten Rabatte erzielen. Weil da kommt es doch gerade recht, dass gerade irgendwie gefühlt jeder in den Medien und jeder im Internet darüber diskutiert, kaufen die jetzt A350 oder kaufen die jetzt Boeing 787. Da ist der entsprechende Hersteller dann bestimmt durchaus bereit, nur zur Sicherheit natürlich noch mal ein paar Prozente auf das Flugzeug zu geben. Ja, und wenn es beide Hersteller machen, dann ist es natürlich nur super für die Fluggesellschaft. Aber gut, vielleicht ist es natürlich auch Ersatz für die Austrian Airlines Boeing 767, so eine 787-Kombi wäre daher vielleicht gar nicht schlecht. Glaube ich, ist aber eher unwahrscheinlich. Für die Lufthansa kann es am Ende des Tages aber nur von Vorteil sein, wenn wir jetzt darüber diskutieren, wenn andere sich fragen, was die für ein Flugzeug kaufen, wie auch immer. Für die Lufthansa ist es natürlich am allerbesten, wenn nur sie bis zum letzten Moment wissen, welches Flugzeug sie dann wirklich bevorzugen und lieber kaufen würden. Aber gut, das könnte in naher Zukunft nochmal durchaus spannend werden. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Bin gespannt, was ihr zu Boeing 787 bei der Lufthansa sagt. Ob ihr euch das vorstellen könnt, dass das Flugzeug in der Flotte der Lufthansa-Passage, also mit einer wirklichen Lufthansa-Lackierung drauf, irgendwie eine Zukunft hätte. Wäre ja durchaus interessant, vor allem neben der 777X. Aber gut, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Schaut gerne mal auf aeronuesgermany.de vorbei. Und dann bis morgen und tschüss. Bis morgen. Vielen Dank.